Wie können wir die Kräfte bündeln und mehr gemeinsam an einem Strick und in dieselbe Richtung ziehen? Wann hat sich denn vor zehn Jahren mal ein Unternehmensvertreter von der BASF mit einem Geschäftsführer von Greenpeace an einen Tisch gesetzt? Eigentlich nur, um zu streiten. Aber dass das anders aussehen kann, das wird immer klarer. Dazu bedarf es natürlich einer thematischen Konzentration und einer Fokussierung der Kräfte. Untertitelung des ZDF, 2020